Und damit hallo und herzlich willkommen zur einzig wahren und echten Assassin's Creed Tierlist auf YouTube. Ich wurde tatsächlich mehrmals danach gefragt, ob ich nicht mal so ein Assassin's Creed Tierlist machen kann. Und da jetzt Assassin's Creed Valhalla rauskommt, habe ich gedacht, ist es ein guter Zeitpunkt, um dann einfach mal meine Assassin's Creed Teile so zu sortieren, wie ich das so feiere. Heute machen wir das Ganze mal so ein bisschen so. Ich habe so eine vorgefertigte komplett genommen. Ich habe da nichts geändert. Ich habe die Ränge S, A, B, C, D und Not Played. Kommt nämlich tatsächlich auch vor. Dementsprechend habe ich das so ein bisschen gelassen, damit man auch die Unterschiede dazwischen sieht. Und ich denke, dass meine Meinung da schon teilweise weit auseinander geht. Wenn ihr Unterschiede zu mir habt, dann lasst mir das gerne in den Kommentaren wissen. Und dann sagt mir auch mal unten, was ihr für Teile es sonst noch haben wollt. Dann mache ich das auch mal. Wir starten mit dem Anfang von allem, nämlich Assassin's Creed, dem ersten Teil. Und das habe ich damals noch auf PC gespielt und ich bin halt absolut kein PC-Spieler gewesen. Dementsprechend kam ich auch überhaupt nicht mit der Tastatur und sowas klar. So Maus-Tastatur-Spielen liegt mir halt einfach irgendwie nicht. Und dementsprechend war ich mit dem Spiel ein bisschen überfordert. Die Story natürlich 1A. Überhaupt nichts auszusetzen. Ein mega geiles Spiel von der Story her. Aber da ich ein bisschen überfordert war und ich danach es nicht mehr auf der Konsole gespielt habe, glaube ich, kam ich nicht ganz in diesen Fluss rein, wie man es halt bräuchte, um das Spiel zu lieben. Deshalb sitze ich irgendwo zwischen A und B, aber wahrscheinlich dann doch noch A, weil ich einfach viel zu gute Erinnerungen an dieses Spiel habe. Assassin's Creed 2 hat bei mir lange Zeit keine Chance bekommen, weil es mir echt übertrieben lange gedauert hat, bis ich dann endlich mal zum Spielen kam. Es dauert ja in den Spielen manchmal so richtig lange, bis das Ganze dann wirklich Fahrt aufnimmt. Und das hat mich damals in Assassin's Creed 2 unglaublich gestört. Nichtsdestotrotz, wenn ich damals dann irgendwann dazu gekommen bin, weiterzumachen, und ich dann wirklich so endlich in Venedig gelandet bin, dann hat mir das Spiel Spaß gemacht. Ezio ist einfach ein richtig geiler Charakter und das erste Mal Venedig zu erleben, war schon wirklich cool. Ich glaube, bei mir deshalb auch zur Arschine. Assassin's Creed Brotherhood war das erste Mal, da konnte man so andere Assassinen rekrutieren und man spielte immer noch mit Ezio in Venedig. Ich glaube, da ist man sogar gereist, das war nicht nur noch Venedig. Ich weiß nicht mehr genau, welcher der Teile war das, wo man dann auch in die Türkei und sowas gereist ist. Sagt mir das mal in meinen Kommentaren. Aber nichtsdestotrotz, bei Brotherhood diese anderen Assassinen zu rekrutieren, war schon cool. Aber alles in allem hat mir halt in dem Spiel damals irgendwas gefehlt. Die Storyline war halt nicht so, dass ich sagen könnte, boah, die hat mich richtig hart gepackt. Sondern eher so habe ich das immer mal so nebenbei gespielt. Sonst viele Spiele habe ich dann gedacht, boah, das ziehe ich komplett durch. Aber bei Assassin's Creed Brotherhood war das leider nicht der Fall. Auch wenn es da wirklich coole Sachen gab, auch zum Looten mit Rüstung und sowas, fand ich schon echt cool. Aber ich denke eher so ein C. Hingegen Revelations ist bei mir persönlich richtig hart hängen geblieben. Das ist, glaube ich, das Spiel von Assassin's Creed, was ich am meisten durchgespielt habe. Ich glaube, dreimal habe ich das durchgespielt. Das Ende der Ära. Und da ging es ja darum, so den Abschluss von Ezio zu finden. Und das stand ja auch im direkten Zusammenhang mit Altahir, mit der Story. Fand ich wirklich cool. Und das war ja dann, glaube ich, Rom. Ich hoffe, ich verwechsel die Spiele nicht. Das war ja dann Rom. Und was mir wirklich gefallen hat, war dann diese Aquädukte freizuschalten. Und später, wenn man alle hatte, dann die Rüstung von Romulus oder Remus. Weiß ich nicht mehr genau. Aber ich habe es auf jeden Fall richtig geliebt, dann wirklich Ezio einen richtig geilen Abschied zu geben. Da habe ich wirklich bis zum Ende mitgefühlt. Und das Spiel habe ich wirklich am meisten gespielt. Ich hoffe, ich verwechsel es nicht. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das das ist. Assassin's Creed 3 habe ich mich lange drauf gefreut. Ich mag diese amerikanische Geschichte. Diese Bürgerkriegsgeschichte. Und auch damals das Tomahawk. So dieses... Es war zwar immer noch die versteckte Klinge. Aber er hatte auch diese Tomahawk so ein bisschen als Signature-Waffe. Und das gefiel mir wirklich gut. Ich wurde dann enttäuscht, weil ich übelst lange gebraucht habe, um endlich in dieses Spiel reinzukommen. Weil eben wie bei Assassin's Creed 2 braucht es ewig, bis du in dieser Story endlich mal drinnen bist. Und das hat mich wirklich gestört. Danach eigentlich ganz geil. Auch das, wo du dann im Schnee bist und gegen Bern und sowas kämpfst. Das war auch cool, aber es hat dann wieder zu lange gebraucht, um Fahrt aufzunehmen. Im Endeffekt hat es mich dann nicht so ganz gecatcht wie Assassin's Creed 2. Ich muss dir sagen, das ist ja quasi so eine Erweiterung gewesen. Assassin's Creed Liberations. Und das habe ich nicht gespielt. Es hat mich absolut null gejuckt. Es hat not played. Ich weiß nicht warum. Es hat mich einfach nicht gejuckt. Assassin's Creed Black Flag war so eine... Darf ich so... Piraten? Ist eine potenziell gute Storyline. Ich denke, da konnte man eigentlich einiges rausholen. Und ja, mir war vorher bewusst, Piraten fahren Schiff. Aber ich fand dieses Schifffahren in Assassin's Creed Black Flag irgendwie super langweilig. Es gibt bestimmt einige, die das ganz anders sehen als ich. Aber ich fand das Schifffahren einfach langweilig. Es hat sich übelst hingezogen und diese Schiffskämpfe dann, die fand ich überhaupt nicht gut. Das hat mir irgendwie überhaupt nicht gefallen. Klar, gibt es viele in der Community, die dann sagen, boah, das war richtig geil, das Schifffahren und sowas. Aber mir hat es irgendwie nicht gefallen. Dementsprechend, tatsächlich muss ich sagen, Assassin's Creed Black Flag auf D. Rogue, sind wir ehrlich, es hat mich damals... Ich hab's gehabt, ich hab's mir gekauft, ich hab's angefangen und dann hab ich's irgendwann aufgehört und wieder verkauft. Ich weiß nicht warum, aber es hat mich null gecatcht. Wirklich überhaupt nicht. Ich hab gar nicht in dieses Spiel reingefunden. Ich konnte mich mit diesem Spiel gar nicht mehr identifizieren. Assassin's Creed war sonst eine Reihe, die hab ich einfach geliebt. Und bei Rogue war es dann so ein bisschen, hm... Syndicate... Ja, ich hoffe, ich verwechsel das jetzt wieder nicht. Aber Syndicate war ja das Britische. In der britischen Geschichte. Und das fand ich wirklich cool, weil die Umgebung, diese Location in diesem alten England war wirklich geil. Die Charaktere hingegen haben mich überhaupt nicht gecatcht. Wirklich überhaupt nicht. Die ganze Storyline so, hm, nee, komm ich nicht rein. Aber die Location da fand ich mega cool. Deshalb, als Gesamtpaket würde ich sagen, reicht Syndicate vielleicht irgendwo noch ein C. Wenn man sich mit den Charakteren nicht identifizieren kann und die Charaktere nicht mag, dann ist es in dem Story belastendes Spiel wirklich schwer zu sagen, okay, man findet es gut. Assassin's Creed Unity wieder hingegen, muss ich leider zugeben, ist genauso gleich gelaufen wie bei Rogue. Ich hab's angefangen, es hat mir zu lange gedauert, es hat mich nicht gecatcht. Puh, leider. Ich weiß noch nicht warum, aber irgendwann hab ich mir gedacht, nö. Nö, es war einfach nicht mehr so meins. Jetzt kommen wir zu den zwei wichtigeren Spielen, nämlich Assassin's Creed Odyssey. Und diese griechische Storyline, mega geil. Der Charakter, den wir gespielt haben, super cool. Also so mit so einer griechischen alten Rüstung, ist schon geil gewesen. Und diese Location da überall, das hab ich halt echt gefeiert. Dieses alte Griechenland sah halt wirklich mega geil aus. Reicht für mich tatsächlich nicht, irgendwo hin zu Revelations zu kommen, aber im Großen und Ganzen ist es hier irgendwo dazwischen. Wenn ich einen direkten Vergleich hab mit Black Flag, würde ich sagen, es war besser als Black Flag. Und dementsprechend, äh, als Assassin's Creed 3, was lab ich da? Und deshalb landet es da noch irgendwo bei A. Im Auge zugedrückt landet es noch bei A. Assassin's Creed Origins mit der ägyptischen Geschichte ebenfalls wieder. Ja, Location, mega geil. Wirklich geil. Aber ich hab's da wieder gehabt, ich konnte mich mit der Storyline nicht identifizieren. Sie hat mich nicht gepackt und ich konnte einfach dieser Storyline nicht folgen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, mhm, konnte ich mich damit nicht identifizieren. Ich hab's durchgespielt, aber leider, 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 muss ich sagen, landet es denn auch nur auf dem... Wobei, es ist zu gut für C, ein bisschen zu schlecht bei mir für B, aber irgendwo dazwischen. So, und jetzt, sagen wir mal kurz Valhalla. Ich hab's noch nicht gespielt, ich werde es spielen. Ich hoffe, ich bekomm's von Deckrämer. Du hast immer gesagt, sie schenken's mir zu. Wenn ja, sehen wir das natürlich hier auf YouTube. Ich weiß noch nicht genau, wo ich das einschätzen soll. Location, wo das Spiel ist, ist natürlich mega geil mit den Fakingern. Look, auch übelst heftig. Geschichte sieht schon so aus, als könnte ich mich da hineinversetzen, beziehungsweise als könnte ich dir gut folgen. Aber es gibt da so ein bisschen Loot-Systeme und so, was die Leute jetzt schon nicht mehr so ganz abfeiern. Und dieses Stealth-mäßige, Assassin-mäßige bleibt ein bisschen außen vor. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Und ich denke mal, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe und so, was manche Let's Player schon gespielt haben, würde ich für den ersten Eindruck Valhalla irgendwo bei A und B einsetzen. Irgendwo bei A und B würde ich's wahrscheinlich hinschätzen. Es kann natürlich sein, dass sich das in einer Woche ändert und ich sage, boah, das ist übelst heftig und es kommt bei S. Oder halt, oh, es gefällt mir überhaupt nicht und es landet nur bei D. Aber die Voraussetzungen sind eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt lasst aber mal eure Meinung da. Mögt ihr Assassin's Creed oder könnt ihr damit überhaupt nichts anfangen? Und was hättet ihr komplett geändert? Lasst es mich unten in den Kommentaren. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Danke, ciao und bis denne.